Willkommen zurück auf meinem Kanal. 2019 wird es eine weitere Änderung an den Boliden in Bezug auf die Sicherheit im Regen geben. In den Seitenplatten des Heckflügels werden LED-Leuchten installiert, die die Sichtbarkeit der Boliden erhöhen. Sie sind höher und weiter angeordnet als die zentrale Heckleuchte. Solche Rücklichter kennt man bisher nur von der WEC an den LMP-Autos. Mercedes durfte nach dem Spanien Grand Prix diese Neuheit testen. Wie steht ihr zu dieser Neuheit? Meinungen wie immer in die Kommentare. Und ab zum nächsten Thema, jetzt steht es fest. Der große Preis von Deutschland wird auch im nächsten Jahr in Hockenheim stattfinden. Nach langen Diskussionen konnte man sich endlich einigen. Am Rande des Belgien Grand Prix wurde es per Handschlag vereinbart, aber nur für 2019. Der endgültige Vertrag zwischen Liberty Media und dem Hockenheimring steht zwar noch aus, soll aber nur noch Formsache sein. Einen Kalenderentwurf für 2019 soll von Liberty Media entweder vor oder während des Italien Grand Prix vorgestellt werden. Sean Bridges, der Formel 1 Marketingchef, wollte den Deutschland Grand Prix nicht abschreiben. Man wollte sich schnell einigen, damit der Vorverkauf starten kann. Nach dem diesjährigen Deutschland Grand Prix mit 70.000 Zuschauern am Renntag konnte man ein Zeichen setzen, weshalb Liberty Media die Veranstaltungsgebühr von 25 Millionen Euro auf die Hälfte reduzierte. Auch der AVD spielte eine wichtige Rolle. Interessant war auch, dass der Deutschland Grand Prix auf der offiziellen Formel 1 Webseite kurzfristig im Kalender 2019 abgebildet war. Für die Zukunft arbeitet man an einem Fünfjahresvertrag. Meinungen zum Deutschland Grand Prix und für die Zukunft des Grand Prix wie immer in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Sollt es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Ciao!